so leute und das sind wir wieder bei unendlich hat sich jetzt Prozent ein Charakter gemacht mit dem auch wirklich endgültig sterben kann Prozent das war uns leider bei mir so weiterhöhlen so wie schnitzelt werden wir gerade mal zu sein zu werden es bringt zwar leider nichts bei freilich das heißt deswegen gehen wir auch wieder zurück und in der Höhle oder weil sich ich werde noch ganz kurz er hier besser schmelzen weil ich hab Prozent gesehen dass sie etwas habe genau einmal ein bisschen Silber nein mal noch ein ein ganz klein bisschen Eisen Kommt Barone P ich will aber lang ja auf seine eigene Gefahr es ist leider der Untergrund dann doch nicht dann doch nicht ich will nicht sterben ich will nicht sterben lieber stirbst du wenn ich nicht das erste Mal Hölle wird abartig Leute ne gibt es auch die Lange Schleims um ja da haben wir uns da aus dem Registruf in Hölle werden die die Lange wir werden vorher tot sein hundertprozentig die Sache die und die nächste Woche Kusser Gold ist richtig er liebt es durch eine Katz das ist nur weil ich vorgelaufen habe ich hatte das alles mal sein gut ich habe jetzt 28 25 so viel fackelt erst mal Prozent Pflegemann besorgt nicht ich habe ein paar Steine geholt ich habe fackeln und zwar ich gebe gerade mal ein bisschen was ab für eine Fackel kommt ich habe gerade mal bis zu den Fahrer hingekleistert sorry weil zu dunkel war Ohr 22 Stück das nie war ich ja scheiße die habe ich vorhin ausgeräumt Kassel ich habe okay okay auf was das Ding die will mir wehtun als er ist er die Gebrauchten ich war das muss man wissen dort lauter drin sag mal was das jetzt haben wir uns ist denn das kann ich den Haupt Prozent auch wenn ich habe ja Bescheid gesagt Wollte nicht ins Wasser oder nirg gar nichts mit mir geht ich bin in der Nähe der Ausgabe daraus ablichen Schild Oman hat sie mir Aachen mit schicken es ist denn dort ist das abzubauen das sind das sie nicht haben das Kupfer es gibt eine drohe nach Ort die wenigstern das Prozent des zu gefährlich ich hab's aufgemacht trotzdem aber um Bobo Gott vom Bum 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 aus Wasser aus ich bin da wo ich bin ich beim Wurm als ich das Gefühl ich will nicht tut er mir was an die das Flick der tut mir nichts er ist so sehr wichtig abartig schade ein paar mehr Rüstung das sieben und es liebt nach und das so ein Wurm kommt meiner Meinung nach das ist montag noch nicht er machtbar für uns und dort im Gegner als alle ein Mann ist sie dort das haben so schnell es geht ich bin gerade in die Miene gegangen er wird er noch in der Nähe ist also doch mal ich stebe einfach nicht ich habe die Hälfte wenn ich auf dem Weg von und dort war es knapp okay wir sind um ein Prozent der Stiftung auch exakt mehr als ich glaube gleich abgabend das ist ja auch was er sich hatte von die jungen ich glaube ich bleibe mit der kürzungsaufwand ist das schädlich aufbauen der amerikaner stoffen gut zu machen ich mache jetzt auch noch mal ein bisschen mehr verhalten nicht mit mann uns nicht mit geht's dir überhaupt nicht über die Dauer sind da sind ich muss nur so nur so und erinnert uns auch das beteiligt ist meine besser verkehrte auch der zu hier kommt auch zu schliere und ich glaube ich bin ich doch tot da nein er hat es wo er hat muss er das ist ganz und voll das ist ganz tief fallen er auf der einen kleinen block doch geht durch das auch mit dem begangen ist geht das auch mit dem begangen ist das ist gleich in der Kiste ich habe noch ein bisschen was da war es war nichts interessantes drin nur ein dynamit ich hab noch was nicht sagen ich hab jetzt was ich nicht im speicherpunkt oder so gehabt ein 1 g ich bin ich lebe nur okay okay wir kamen sich alle in den RZ in Richtung Simon also so weit kommen mit bring hoch Richtung Fliegel aus echtem Namen der Popp in der Stadt sagt ich soll es jetzt sagen ob es der Hochverschaft das schon das eingebaut 2 mal die Tag was ist er er hat einen Trank genommen macht es ist es ist das nach dass er sagt das wäre irgendwas das da unten und folie von Weichwald weistung so abseits als Auslöser der Kürtel das Spiel Monster ich habe Angst bekommen die 2.000 ab ob bei mir geht es weiter ich habe auch was direkt unter mir so wir sagen wir machen uns alle recht bald auch mal ein mittleres Brust äh Teil wenn wir das nicht hinbekommen Brustteil das auch noch ich hab's gekillt der L was ist nicht von der Sprechung der Sprechung des Zergebersche was ist es war in der Stiftung als es gefällt alles bringt der Kmerz von Klappern ein Mann ist der Lotz aber eigentlich gar nicht mehr so schlechten das ist auch das Land der Zweifel zum Platz bei mir aber sehr oft in was glaube ich Bord um als auch so ich war jetzt noch fallen mit der drauf tritt das ist der Tod um das war der Grund der Stahl in der Tat als ausleuchten Apropos und denkt daran hierhin was hier bitte ich einfach die Qualität er sagt Prozent wir wollen halt leider es ist auch ein Monster ich muss es mal erst mal herunter gekostet was auch steigende Prozent wurde ausgelöst aber ich kann sie irgendwie keine Ahnung was okay es sei fast gut das war gut die ist tot auf der Schaub auf der Schaub es ist überall vor allem so sie jetzt schon wieder eine Arno Brust was das auch der Auslöser ich hab's gesehen hier komm mal her gut nein er hat gleich gleich ich gehe das mit Zweck hier will mir was alles will mir wehtun alles ab aber auch wieder auf die Falle nein das spielte nicht bitte ich mach die Falle kaputt Sascha ich hab's Angst immer die Teile abschlagen und den Auslöser auch am besten also wir sind ziemlich weit unten ne das ist nicht klar war ne kann ich dir jetzt mitnehmen ich hab so wenig Leben Herzkristall okay ich brauch glaub ich n Herzkristall ich weiß nicht na gut ne ist kein Problem du kannst nehmen kannst nehmen ja wenn ich mich da hinfülle dass ich dann trotzdem der erste bin der stirbt Ochmanno Scheiße das ist eine Falle ja Oh Gott die Stadion hat mich umgebracht Aaaaaaah Aaaaaaah der der Auslöser konnten uns sehen das ist auch Scheiße die Auge hat gesagt immer vorher alles auslöchten ganz vor sich sein Oato und ich lebe noch bleibt ein Fetterslei Baut dich ein Baut dich ein Baut dich ein rund um Scheiße äh drückbar bei dir auch gott und ich weiß nicht gut wie das ist es gibt dass man halt drin gehen kann also das baut an die die ließen und günstig drückbar bei dir auf entfernen entfernt oder ich hab kein entfernt hoch doch klar wird werden aber es hilft nichts auch schade weil manchmal mit dem Pilz mit auf der Karte dessen genau tut einfach mal rechtsklick auf so ein Pilz drauf ja äh halbster dem und Sascha da kann dann schlag den gleich form und so ein bisschen spektakten man hat auch nicht gesehen und der David der ist auch tot also ich bin da auch nicht gesehen Simon sammle mal die Sachen ein sammle mal alle Sachen ein bitte tatsächlich alle durch eine Falle gestorben ja auf die erste es war mal ein ein es auch tot woher also WTF der mann wenigstens nicht schweig als ungefähr hä wo ist hier eine Falle Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben Hau! Auernwurm! Schlag, 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 verstehe ich nicht Mach mal, bring mich zu Der backt Der will mir wehtun Der tut mir weh Renn weg, Mann Slime Ich lebe noch, ich lebe noch Wenn ich wollte, dass wir das nochmal machen Und es diesmal weiter schaffen, dann ähm Ja, schreibt es bitte in die Kommentare Mir geht das gerne, ob das sehen wollt Leider bin ich jetzt auch schon tot, aber ich kann ja immer noch, äh Schauen, wie es immer her bei Ronald Pay Und dann Flickay geht Und, aber beide Leute vom Kanal NoPro Sind ausgeschieden Weil wir NoPro's wurden Beide durch Steinfallen Aber wirklich durch Steinfallen Und ihr habt beide überhaupt nicht gesehen Das ist so blöd, durch Steinfallen Oder ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, ob man Ähm, keine Ahnung, kann man Steinfallen irgendwie deaktivieren oder so Eigentlich nicht, oder? Doch, wenn man den Auslöser gut macht Oh, oh Ne, witzig So Das war aber kein Witz Ja Ich gehe da mal in die Hölle, ne? Ich sage, was so gut Wenn man aussieht Oh, ne, äh, wir müssen auch nicht wie die Sterben Lass sie, ne, bleiben Okay, ich hab, weil da oben Ich hab, die Pflegemann wegfreige, boxt hier NoPro's, ne? 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 Ja, da springen wir kurz ne? Ne, ne? B... Bum, 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 bum Nimm den Herzkristall, ne? Bum, 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 bum Seht ihr mein Geist eigentlich? Ne, oder? Blicke! Wut! Der Steinfall ist tot! Und Sohn ist tot! Oh Gott! Auch der Steinfalle! Es waren zwei nebeneinander! Es gibt's doch gar nicht! Was gibt's hier? Steinfalle, du bist gerade auf beide Ausländer gedreht. Aber beide... Der eine hat den Schallschall getötet und der andere hat gerade den Simon getötet. Jetzt mal ehrlich, guck mal der größte Noob in dem Spiel! Wo muss ich jetzt? Ist hier Gefahr? Ey, der größte Noob im Spiel ist Marco! Der Marco, der hat's überlebt! Ja, weil er mit Abstand am Vorsichtigsten war. Wir waren alle, wirklich, obwohl ich extrem vorsichtig war, war ich trotzdem zu und vorsichtig. So, Leute, ich glaube wir kriegen's sogar auch in diese Aufnahme rein, dass der Marco stirbt. Au! 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 Töte Marco! Töte es! Boah, das ist tot! Ah, ich kann jetzt sogar sehen, was hier alles rumliegt. Ey, Marco, nehm dir mal die Boots mit, diese Schuhe, wo die liegen. Aber, pass auf! Oh! Fledermaus! Weil diese Boots, mit denen kannst du Fallschaden verhindern, glaube ich, oder? Waren das nicht die? So, ich bin ein bisschen raus aus dem Spiel. Die Schuhe. Also, zieh mal etwas aus dem Inventar raus, bis du die Schuhe eingesammelt hast. Und den Herzkristall auch. Da kriegst du ein bisschen mehr Leben. Tja, hm. Was nun, was nun, Leute? Ich lebe noch. Also, das Problem war ja, der Marco ist ja eigentlich, hat er eigentlich, so gesagt, schon früher verloren. Ähm, in der Aufnahmepause ist ein dummes Geschick passiert, dazu möchte ich nicht mehr nachsagen. Und beim ersten Versuch ist der David in den ersten zwei Minuten gestorben. Ja, so eigentlich hat jeder von uns, ähm... Zwei Dinge gehabt, nur ich nicht. Ja, und Sascha ist dann bei uns sogar als erstes jetzt gestorben. Äh, dadurch halt da nur einen Versuch hatte und ich, hm, als zweites. Ich hab so komisch die Schuhe an oder was. Hier liegt ein Kramsstein. Du musst ganz rechts bei den Inventar machen, ne? Hab ich. Also, ganz rechts. Ja. Okay. Äh, dann, äh, sagen Sie diesen Herzkristall. Ja, sei ruhig, ihr Monster. Du musst mit dem Hammer den Herzkristall abbauen. Sehst du den, wo der da liegt? Dieses Herz da. Rechts neben dir. Das musst du abbauen. Ah, der ist ja schön. Ja, äh, mit einem Hammer. Geht nicht. Mit einem Hammer. Ich hab keinen Hammer oder was. Weckerell. Das war. Ich hab keinen Hammer. Du musst einen Inventar haben oder da liegt einander dabei. 1. Einsteiger Aure kommt. Federmaus. 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 Aua, Aua. 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 das Teil der Flieger hat auch ein paar ein Bumarang dabei gehabt der ist noch stärker ja hast du den auch den musst du auch in einem Tag machen den Bumarang ich hab ja Augen und ein legendäres Silberschwert Silberschwert legendäres das ist keine Ahnung was das bedeutet ziemlich du bist ziemlich gut ausgrößt würde ich sagen wenn wir jetzt tatsächlich auf zwei Folgen erlebt das ist schon richtig traurig auf jeden Fall er sei Gewinner oder so können wir es eigentlich machen er hat am längsten überlebt nein eigentlich nicht doch Markus ist eigentlich der Gewinner wenn er bis zum Ende der Folge geschafft dann ist er der Gewinner okay er hat aber er ist schon einmal gestorben ja aber guck mal ich bin auch einmal schon vorher gestorben und der Flick ist ja auch einmal vor aber ich nicht gestorben ja du nicht das ist aber Pech du wolltest ja nicht dass du noch einen Zusatz leben hast ja weil das aber dann wirklich wieder so eine Steinfall war ja ich bin es auch in Verstattung trotzdem drei Leute durch den Steinfall und beim Flick gleich zwei wie auf einmal zwei runtergekommen sind oh Gott ja hier ist hier eigentlich noch die Steinfall überhaupt irgendwo ne aber du kannst die Maradte einsammeln die brauchst du vielleicht also werf etwas unnötiges weg oder so ja genau die Fackeln ja unnötig ich bin ich habe gerade so was er ist sie ja auch unser das Mädchen ist ist Barrow und Lp auch noch berühmter ja so er ist jetzt noch ein Abonnent mehr oder wie sagen sie sehen wir uns bei den nächsten Special bei den Minecraft bei I take it by irgendetwas anderem das werden wir sehen und wir sagen das was Barone Lp ist der eindeutige Sieger da er als einzigster noch lebt als erstes raus war Sascha dann ich der liebe Herr Flick und Barone Lp kann hier jetzt noch ein bisschen weiterspielen wenn er unbedingt Lust hat aber ich sagen wir sind beim nächsten Special wenn wir sonst noch mal aufnehmen sollen machen wir das natürlich vielleicht sogar mit mehr Leuten wenn er mit mehr Leuten aufnehmen wollt dann schau mal bitte auch einfach in die Kommentare Hier Oh no K Ich bin ein Kind für dir Oh no und dann sehen wir uns auch wieder beim Netz mal wenn es wieder heißt Netz irgendwas wenn ich so schlagt dann gucken sie doch Tschüss Tschüss.